Niamh, eine andere Verkäufer für das Team hier in Strade Bianche. Und ich denke, dass du eine sehr wichtige Rolle gespielt hast. Ja, das Rennen ist ein Team-Effort. Und ja, auf diesem Team... Ja, es sieht aus, dass wir viele starken Räder sind und es ist leicht zu gewinnen. Aber wir haben alle unsere Arbeit in. Heute, für sicherlich. Ja, ich habe es gearbeitet. Was war in deinem Kopf, als du Kilometer und Kilometer fielst in front der Bunch, hinter dem starken Breakaway, und niemand wollte es helfen. Ist das, was du erwartet? Ja, ich meine... Es wird mit uns starten. Ich denke, das letzte Jahr waren wir ein paar Mal glücklich, dass wir das Spiel ein bisschen spielen können und andere Teams funktionieren. Aber ich denke, dass sie ein bisschen smart werden müssen. Und wir müssen es einfach mal drücken und es einfach mal drücken. Und heute, wir wollten keine Räder nehmen. Wir haben keine Räder genommen. Wir wussten, dass das Funt 3 war ein Threat. Aber ja... Ich habe den Job gemacht. Und ich bin glücklich zu sehen, dass es ein Pay-Off ist. Das ist das, was wir für uns haben. Und letztendlich, wie hart war es heute? Mit dem Räder gestern war es ein bisschen anders als das letzte Jahr. Und dann auch ein neues Parkour mit dem Final Loop. Wie hat das die Räder verändert? Ja, für sicher. Ich meine, das Gravel ist... Wenn es so wet ist, ist es ein bisschen mehr hartpackt. Ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass es weniger schlapp ist. Aber ja, das neue Final, ich denke, ist wirklich cool. Es macht es so viel schwerer. Und ich bin nicht sicher, ob man diese Räder besser macht. Aber ja, es für sicher ändert sich das Spiel. Definitiv mit den letzten zwei Klammern, zwei Mal. Aber ja, es war eine wirklich cool Räder. Vielen Dank. Und jetzt geht's mit den anderen. Danke.